Willkommen Leute zum neuen One on One zwischen mir und Kornel und wir spielen Super Mario Brothers 3. Ist das geil Kornel? Boah Alter, zweimal zusammen Let's Play und jetzt gegeneinander. Jetzt endlich gegeneinander, das wird cool. Alter, wir haben uns wie Brüder durch das Ding gekämpft, ey, wir waren nass geschwitzt und den Tränen nah. Und jetzt sind wir Gegner, das ist schon ein bisschen komisch. Es ist, das ist verrückt, wie gesagt. Das Ziel habe ich nicht. Nee, nee. Bist du tot? Ich sorge mich um dich. Ich kann nicht irgendwas für dich tun. Ich bin ein Sanitäter, ich bin ein Sani. Ich kann sehr gut Blut sehen. Jetzt ist es vorbei, Kornel, ich verkacke. Wo bist du denn? Ich bin im Wüstenschloss. Schon? Im ersten Schloss der Wüste halt, ne? Achso, in der, da bin ich jetzt auch gerade. Ich bin so dumm, fuck off! Das ist gerade, boah. Wisst ihr das, wenn ihr richtig gute Musik hört, dann hört sich das an wie gerade. So reden wir mal über was anderes und zwar müsst ihr euch mal reinziehen, das ist der Wahnsinn. Der Kornel, das ist ein Volltrottel. Warum? Ein absoluter Vollidiot. Warum? Ja, das werde ich gleich erzählen. Der Kornel, der ist so doof, der ist bei web.de. Mit dem E-Mail-Account. Der ist bei web.de. Das müsst ihr euch mal rein. Erstmal. Vielleicht, heute vielleicht nicht mehr. Schon mal Fail an sich. Und jetzt kommt, warum der nächste Knaller, web.de, da habt ihr einen Speicherplatz, 500 Mails oder 13 MB. Lass es euch auf der Zunge zergehen. Ja. 13 MB. Wenn ihr mehr wollt, kostet das 5 Euro im Monat. Ist ein Skandal. Ein Skandal, das ich hier aufdecke. Bild-Zeitung anrufen direkt. Fuck! Ich glaube, der Junge... Der hat mich gefressen. Ey, das war aber auch dumm. Soll ich dir irgendwie helfen? Ich meine... Es war ein Competition hier, aber... Ich bin ja bereit, meine Erfahrungen mit dir zum teilen. Halt einfach die Klappe. Das wird mir schon sehr helfen. Ja, gut. Oh Mann, was ist das denn hier? Wieso läuft das... Das ist das... Fuck! Du willst doch wohl jetzt nicht das F-Wort benutzen. Ich bitte dich. Wehe. Ich warne dich. Welches F-Wort? Das böse F-Wort. Fehlender. Faul. Achso. Ja, das zum Beispiel auch. Na, hallo? Ja, es tut mir leid. Muss dich direkt die Hand heben, ja? Wir können uns auch noch ohne schlagen. Ich zieh gleich den Gürtel aus. Freundchen. Dann rutscht die Hose und dann Gnade dir Gott. Den Anblick bitte ersparen. Gnade dir Gott, wenn meine Hose rutscht. Ich sag es dir. Ich bin aufgestanden, das glaubst du nicht, Alter. Linkes Bein, rechtes Bein. Du hast die leichten Erder-Schütterungen gemerkt. Ja, diese... Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein, 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 nein. Das war so unnötig. Ja, ist schon eine spektakuläre Geschichte, die du da erzählst. Aber... Nee, ich kann alles nicht mithalten. Nein? Der Boden bebte bei mir leider nicht. Ja, du bist auch nicht episch genug. Nee, ich bin nicht so episch groß und mächtig. Bin nur mächtig, aber nicht groß. Nein. Warum? Das gibt es nicht. Aber da kriege ich auch sofort was Neues. Das ist ja nicht das Problem. Was ist losgekommen, ne? Ich wurde bedroht. Bedroht. Von wem? Von einem Gegner. Von wem, Alter? Nicht von den Entwicklern? Nee. Da war ein Cheap-Typ. Ich bin eigentlich auf ihn gesprungen und der hat mich trotzdem getötet. Okay. Der hat mich halt von unten getroffen. Scheiße. Und zwar trotzdem dann mein Tod. Ich verliere auch gerade richtig Zeit. Willst du mir jetzt sagen, du bist da gut durchgekommen? Nein! Nein, bum bum! Bum bum! Ja! Bum bum, Alter! Das war ein Tanz, bum bum. Das war ein Tanz. Krasser Typ, ey. Mit dir gehe ich nach meine Disco. Ui, 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 ui. Da hatte ich gerade ein bisschen Pipi in der Hose, ey. Hättest du das nicht bitte verkacken können? Vielleicht schaffe ich ja in dem... Fickt euch ins Knie! Das gibt es nicht! Was ist passiert? Nee, ist mir egal. Nichts. Wo bist du denn? Hab die drei Sterne geholt. Die Piranha-Pflanzen kacke am ganzen Level. Das kennst du doch. Wo die Piranha-Pflanzen diese Dinger hochpusten. Die kleinen. Die kleinen und die aus dem Ding. Ach so das, wo am Ende die Feuerbälle kommen. Wo am Ende die Feuerbälle kommen. Und der scheiß Feuerball! Trifft natürlich.